Du in der Sporthild, jung, es ist der Mike, es ist der Mike. Am Horizont, da kämpft auf dem Gletscher, Mike, der Renatschor, mit seiner Frau. Und dreht, ja sag'n, so ein schönes Mountainbike, Mountainbike, und keiner weiß, wie mir das gehört. Schau' da, um mich, da an der Ampe steht ein Mountainbike, ein rotes Mountainbike, und sie huckt daheim und dreht. Hey, ist das ein Mountainbike sein, wann hat das ein Späuler? Ach so, das ist ein Schutzblech, das ist jetzt der letzte Heuler. Die Laufen, die du fährst, die schweißt der andere auf den Müll, einen großen Faden, einen kleinen Händen, das ist die Liste. Das ist eine Mountainbike, Mountainbike, und siehüchern, vom� Game degradation. Was soll das mal? Ne, fucker! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Schwarzschild. Musik Das war's. Das ist eine große Herausforderung. Hier kommt es nur so runter und dann hat man quasi das... Das ist fahrende Zell. Aber das hält da nicht noch eine Person aus, oder? Wir sind schon zu zweit da drin. Aber ich habe auch schon mal die Fahrräder gemacht. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann war das auch schon klar, das mal so als Reise auszuprobieren, wie es funktioniert. Und ich muss sagen, es ist krass zu überdimensioniert. Auf jeden Fall. Überdimensioniert, ja? Ja, also für mich zum Leben ist es schön. Aber so als Fahrradreise an sich, da nimmt man lieber ein Fahrrad und packt sich da zwei Taschen ran. Und dann kann man da auch mal das auf die Schulter legen.